Alter Hans, wolltest du nicht irgendeinen Film gucken oder so? Ja, mach ich ja dann eh. Wenn man halt auch Bacher werden können. Der haut manchmal auch Sachen raus, ey. Ich konnte Hans noch nie leiden. Ich die gar nicht. Händlau, komm, geh, 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 geh. Da unten hin, wie der Kopf hier. Da fehlt jetzt nur der Beckenbauer. Gute Freunde, ich kann niemand rennen. Das ist so, mehr so ne Hassliebe, ne? Ich hab so festgestellt, der Hans, der hat nur Hassfreundschaften. Hab ich ja auch. Der Hans ist auch ein richtig deutsches Arschloch. Richtig, genau. Damit muss man auch klarkommen. Ja. Und ich renn niemanden hinterher, ne? Der will der Ruhmung. Also, tschüss. Möchtiges, deutsches Arschloch. Ne, nur der. Aber der kann halt FIFA spielen. Ja. Ja, meistens. Ja. 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 Ich hab auch gefallen. Ja, aber auf der beiden Seite. Ja, aber auf der beiden Seite. Ja. 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 Schick dein Kumpel. Was? Na, sehr. Gegner. Wo kommt die jetzt? Nö, der war Essen. Wohl fertig mit Essen. Meine nächste hat Liebe. Wer hast hier liebt, wem? Hallo. Servus. Noch mal. Ach, Schade. Wer ist da noch, Mike? Ach, Mann. Hätte ich angespielt, aber du hast da so Probleme gerade gehabt, da vorne. Ja, die haben mich hier geblockt, irgendwie. Ja. Nee, lieber Bot genommen. Hast du gesehen, Basti, wie der jetzt zögern musste? Ja. Weil ich hab das abseits aufgehoben. Und ich bin hinten gestanden und er hat das gesehen und deswegen konnte er nicht passen. Weil ich den Raum gedeckt hab. Die gibt's auch, die Varianten. Von Teams. Vom Stick abgerutscht, sorry. Alles gut gegangen. Das musste aber nicht. Ah, scheiße. Wollte eigentlich aufbau durch. Jawohl. Hat sich abgezeichnet. Waren nur mehr wir im Bike. Wo soll ich hin? At O. Was war denn da gerade noch frei? Linkes Mittelfeld. Der Hans haut eh gleich ab. Dann kannst du auch wieder Hans in der Position einnehmen. Richtig. Kannst ja kaum erwarten, ne? Was spielst du denn, Hans? T.D.M. Alles klar. Siehst du, da kuscheln, es könnte uns eigentlich sein Spieler dringelassen in der Aufstellung. Dann hätten wir seinen Bot als Torwart. Unten? Hat mal den ersten gespielt. Oh, ein angepflegter Doppelfest. Nach vorne muss man manchmal ein bisschen ruhiger werden. Ja, ruhiger ging das jetzt nicht mehr. Sieht aber in der Partie eh recht gut aus. Sauber. So, soll ich jetzt nochmal umdrehen, oder? Na, soll ich gerade spielen? Aus Renderbott. So, soll ich jetzt ran, Alter. Darf er, so darf er schießen. Ich krieg keine Bananen in der Halbzeit. Ich ne Milchstede. Spiel raus. Ja, komm, Torwart. Oh, links, Alter. Wieder hat er krampfhaft gewartet, dass er am Flügel raus spielen kann. Nach links. Und? Jawohl. Für ihn gepasst. Danke. Ach, Mann. Ach, Mann. So, aber hier ist der Hälfte. Oh, da war gut. Okay. Der Kicke ist so leise. Wer ist leise? Der Kicke? Der Hans? Warum? Keine Ahnung. Der Hans stellt sich schon auf dem Videoabteil. Das liegt nicht. Im Auge des Betrachters, oder so. Ja, schade. Oder was? Habt ihr auch mal zusammengearbeitet, oder was? Ich und Hans? Ja? Ja, nur in FIFA. Nur in FIFA, okay. Ja, in FIFA haben wir viel zusammengearbeitet. Sogar recht erfolgreich, eigentlich. Alter, Fick dich. Ja, wir haben uns, wir kennen uns nur virtuell. Okay. Und Leute, die ich eigentlich virtuell kennengelernt habe und von Anfang an die mochte, da hänge jemand dran. Das war von Anfang an Scheiße, oder? Ja. Ah, Fick, ey. Ich hab hochgedrückt ein bisschen. Ja. Ah, boah, da. Ja, Mittag, Mittag. Ah, da. Ah, da. Viel zu weit, voran. Hoch. Da ist die. Jawoll. Sauber. Genau. Wichtig. Jawoll. Von Anfang an die ganze Aktion. Ja. Boah. Boah. Oh, nein. Dieses neue Spiel, das wir seit zwei, drei Tagen spielen. Wo wir... Wie heißt das? FIFA, oder was? Nee, ich meine, diese neue Variante, wie wir spielen, die gibt uns eigentlich ziemlich Dominanz in den Spielen, wo es geht. Ja, wo ich halt mitspiele. Zum Bleistift. Dafür hast du den Pass jetzt gekriegt. Ja. Beinbruch. Dominik? Na, geht nicht. Hast du gesagt, zum Bleistift? Ja. Okay. Ist das nicht so? Ja. Na, ich schick deinen Kumpel, ja. Ach, der 1, jawohl. Endlich sieht's mal der Virtuellet-Coach. Mal die ekelhaftesten Pässe, die zwischen zwei gehen. Schön. Boah, das ist hier Butter, was du... Geil, ja. Geht voll ab hier. So schnell geht's. Schön. Dann hab ich den Kett mal im Visier. Da, wenn der Hans vorne spielt, mach ich auch Tore. Ja. Nächsten Turnier muss man die öfteren. Ich müsste mal gegen den 1-1 spielen, das ist so lästig. Weil er hinten drin steht oder? Nee, weil er so richtig stark verteidigen kann halt. Ich bin hier im Zweikampf. Ich denke, das ist noch immer eine kleine Schwäche von mir. Ich arbeite noch dran. Das ist auf keinen Fall eine Schwäche von dir, dass du verteidigen kannst. Wenn du jetzt noch lernst anzugreifen, dann ist das ja fast unmöglich. Ja, na und? Überhaupt 1-gegen-1-Situationen. Da bin ich ziemlich schwach noch drauf. Oder vor dem leeren Tor dann reintreffen. An den Ball krieg ich den unten lang. Ja, da. Der Bot. Und rüber, rüber, andere Seite. Erstmal in die Mitte, jetzt rüber. Oh, vergesst. Sorry, sorry. Das war mit Sicherheit kein Zufall. Nee, das wäre mit Y gegangen. Ich wollte das nur schnell machen. Alles gut, wir führen 4-0. Y hätte jetzt funktioniert. Kann noch mal knapp werden. Ich habe mit dem Knopf gedrückt, den eigentlich du machen jetzt, Dominik. Ja. Ich weiß nicht, aber 4 habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich weiß nicht, 5. Ich habe 1 gemacht. Naja, also 4. Du kennst hier mal 5, wenn ich war, Basti. Nene. 2 Vorlagen und 1 Tor habe ich gemacht. Ich fühle mich ja richtig schlecht. Ja. Nein, nein. Danke. Ich mache das schon wieder die Abseitsfalle. Ja. Hah. Manchmal ist es so, du forderst den Ball an und bis der den Ball dann spielt, ändert sich die Situation auf einmal und dann sieht es halt dumm aus. Das gibt es, ja. Das wäre mir gerade passiert fast. So, wie weit seid ihr? Fertig. Neunzig ist er. 5-0. Jetzt steht 5-0, ja. Endlich mal wieder vier Tore in einem Spiel. Der hat Bas Dost heute auch gemacht. Ja. Aber wie er das gemacht hat. Das muss ich mir noch angucken. Der Leverkusen-Wolksburg war ein Affengeldes Spiel. Also wirklich. Und noch eine schöne Latte. Oh, der kann noch mal reingehen. Eine schöne Latte. Sauber gespielt. Schön. Jetzt noch der Jens. Ah, jetzt geht's rund. Noch mal Finale. Ist das Pokal hier oder was? Ja. Ach so. Den ersten Pokal haben wir schon geholt heute. Okay. F.C. Pobeda. Pobeda, das heißt eigentlich gewinnen. 8,9. So gefällt mir das. Das kommt aus dem Slavischen, Pobeda. Ja. Ich hab 9,9. Haha. Ich hab 9,8. Aha. Unsere Ge...